Hallo ihr Lieben, hier ist Sven Schumacher, Paderoth, Beziehungscoach in Hamburg-Linie von Monau. Ein schönes neues Buch, frisch auf dem Markt, eine neue Dimension der Liebe. Und du kannst auch gerade noch einsteigen in Selbstliebe-Challenge, Manifestations-Challenge. Wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, dann schau mal auf liebeschiff.de vorbei. Gibt es einen schönen Ablauf zur Änderung deines Beuteschemas, Bindungsangst, Bearbeiten, Verlustangst, Dating und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir, glaube ich, wenn ich das auf den ersten Blick richtig gesehen habe, mal eine positive Dating-Situation. Freue mich natürlich auch sehr, wenn er mir das schickt. Klar, ich weiß viele, die, ja, wo sich das Ganze gebessert hat und die vielleicht einen tollen neuen Partner haben oder eine tolle neue Partnerin. Die schreiben dann logischerweise oft nicht mehr, weil sie natürlich anderes zu tun haben, ihre Beziehung genießen, das Geistes, Liebes genießen. Aber, ja, vielleicht denkt er trotzdem nochmal an mich und schreibt mal. Ist ja auch interessant für die Leute, die irgendwo noch mittendrin sind. Ja, eine Nachricht von Katrin Tovkala und sie schreibt, Lieber Christian, ich bin mir nicht sicher, ob deine Geschichte, äh, meine Geschichte dir nicht zu langweilig ist. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es vielleicht nicht ganz so toxisch wird. Gut, dennoch möchte ich gerne hören, was deine Einschätzung wäre. Zu mir, ich bin Anfang 40, alleinerziehend und seit ein paar Jahren Single. Nach einer, meine Einschätzung nach toxischen Beziehungen zum Vater meiner beider Kinder, mit dem ich bis zur Schwangerschaft unseres zweiten Kinders zusammen war. Ich bin seinerzeit hochschwanger ausgezogen, hab zum Glück ziemlich schnell in meiner Klarheit ihm gegenüber befunden. Es dauerte noch weitere Jahre, bis ich überhaupt wieder offen war, zu daten. Ja, das sagen mir ja auch viele, es war auch auf der Lesung auch wieder jemand gesagt, dass er so ein Thema, dass man ein bisschen seinen Liebeschiff bearbeitet hat, erst mal gar keine Lust mehr hatte zu daten. Das war halt auch manchmal gar nicht so schlecht. Klar, ob das dann immer fünf Jahre gehen muss, aber du warst ja auch beschäftigt wahrscheinlich mit deinen Kindern und ja. Erster Versuch im ewigen Dschungel des Online-Datings endete mit einem Treffen nach gefühlt einem Jahr On-Off-Schreiberei. Gut, dass das nix wird, muss ich ja glaube ich nicht mehr sagen, ne. Erst als ich mich klar distanzierte, war er bereit zu einem Treffen, beziehungsweise aktiv dazu, um mich zu kämpfen. Ja, aber wenn jemand dann nur so auf so solche Sachen reagiert, ich meine, es war ein schöner Wind für dich, aber ja, da kommt nix bei raus, ne. Ich habe dann, ich habe wochenlang nicht mehr reagiert. Beim Daten war das gruselig, weil wir uns aus dem Schreiben und Telefonieren daraus kannten und ich das Gefühl hatte, wir werden bereits seit einem Jahr ein Paar. Gut, sollte man nicht machen, so lange schreiben, gleich treffen, wenn du da unsicher bist oder überhaupt mal einen coolen Ablauf haben willst, mach die Datingkurse, wird es speziell für weibliche und männliche Polarität bei mir und genau. Problem Nummer 1, keinerlei Kontinuität. Ich beende die Geschichte nach circa 5 Dates. Ja, wie gesagt, hätte ich schon von diesem Schreibstory schon sagen können, dass das nichts wird. Also es kommt auch noch, gleich noch eine andere Geschichte, falls ihr jetzt denkt, das war es jetzt schon. Er meldete sich nach Wochen wieder, was ich unterbannte, weil ich das Thema on-off nicht mehr wollte. Gut, prima. Hast du dem Universum gesagt, äh, 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 sowas will ich nicht mehr. Äh, jo. Aktuelles Thema. Nach gut einem halben Jahr fühlte ich mich soweit entspannt, wieder zu daten. Mein nice, geiles Leben, soweit im Griff, melde ich mich auf der gleichen Plattform. Ja, ich weiß, diesmal, ja, ich bin kein Freund vom Online-Dating, ja. Diesmal bewaffnet mit zwei Listen und klaren Vorstellungen. Mein Profil war klar, ich schrieb unter anderem, dass ich keine Brieffreundschaften suche und rasches Kennenlerne bevorzuge. Ja, guck mal, hast du das gelernt und gleich umgesetzt. So geht Fortschritt, ne. Drei Monate später kam es zu einer, zu einem sehr straighten Kontakt zu einem Mann, der mich mit seiner Klarheit überraschte. Zeitiges Treffen, keine Spielchen, ähnliche Ausrichtung, ähnliches Hobby. Wir sind beide aktiv in einem Halmer Bundesliga-Verein und, genau, haben so ähnliche Hobbys. Sein Beleg geht in Richtung Beziehung, eigene Kinder okay, aber nicht zwingend, hätte auch nichts gegen Fremde. Er ist aus einer ähnlichen Ecke, jedoch immer eine gute Stunde entfernt und wohnt aber seit Jahren in der Südmongolei. Ähm, will jedoch wieder zurück und bewirbt sich gerade. Zu diesem Zeitpunkt stand auch ein Forschungsgespräch immer in der Nähe an. Soweit, so gut. Erstes Date gut, aber nicht überschwänglich. Wie gut ist es? Ich meine, es spricht jetzt nichts dagegen, dass ein erstes Date cool ist, mega, auch mega ist. Ähm, aber wie gesagt, wie ich immer wieder gern sage, wenn es so Dopamin getränkt ist, was meist nicht mit der Güte zu tun hat, sondern mit, äh, heiß-kalt, dass man obsessives Nachdenken kriegt, ist eh nicht gut. Von daher ist es mir immer gar nicht so schlecht, wenn es 80, 90 Prozent gut ist, ne. Ja, immer noch klar, beide wollten uns weiter daten. Er kam in meinen Ort, wir waren Kaffee trinken und spazieren. Kein Kuss. Wer bei mir nicht passiert, aber ich weiß, dass es viele andere sehen und geschenkt. Äh, zweites Date bei mir. Äh, zwei Wochen später. Äh, er kochte für mich. Bei dir? Okay, nice. Es war super schön, wir kamen uns näher. Küsten uns und schmusten zu späten Stunden ein bisschen. Ja, ist doch gut, auf dem zweiten Date ist doch alles völlig super. Sehr gut. Ähm, er schlief auf der Couch unten. Und nach dem Date erfuhr, dass er einen Job hier in der Nähe nicht kriegt. So, okay. Ähm. Drittes Date hier wieder bei mir, drei Wochen später. Wir waren essen, verstanden uns super. Immer am Lachen und Quatschen. Ich habe ihn gefragt, ob er anderweitig date, was ich verneite. Also du machst das ja auch auf eine sehr natürliche Art, dass du solche Sachen ansprichst. Ihr habt auch einen guten Rhythmus, ähm, dass er euch jetzt nicht jeden Tag trefft und, ähm, ja. Gut. Hier merke ich auch, auch weil du es immer sagst, äh, man kann es einfach nicht wissen, dass ich eigentlich so etwas wie exklusives Daten ansprechen will, mich aber etwas zurückhält. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn gerne weiter kennenlernen will, aber nicht möchte, dass wir das Ganze jetzt schon Beziehung nennen. Ja, ist doch alles gut. Alles gut. Es fühlt sich alles leichtfüßig und einfach an. Dennoch beginne ich drüber nachzudenken, was passiert, wenn ich mich verliebe und er in der südlichen Westmongolei hockt. Ich wundere mich die ganze Zeit. Er ist der erste Mann, der mir nicht zwischen den Dates ständig schreibt. Ja, das sag ich ja immer wieder, dass, dass, das, das lieben Frauen, auch wenn viele sagen, sie würden es lieben, wenn der Mann immer schreibt, turnt total ab, ist nicht in der Polarität. Auch das, äh, in meinen Datingkursen sind so ein Fall für den Mann. Ja, aber es ist, er macht es gut. Ja. Hin und wieder ja, aber nicht wirklich viel. Schläft wieder bei mir. Diesmal mit viel Fummel, sagt man das noch. Eigentlich können wir nicht die Finger voneinander lassen, aber ich will warten. Äh, kurz bevor er fährt, wird es noch ein bisschen heißer. Wir werden unterbrochen und ich muss meine Kids holen, Gott sei Dank. Ja, aber, ich meine, realistischerweise, wenn eins gut läuft, aber man findet sich toll und die Gelegenheit ist da, ja, schlafen viele mit den Menschen, ähm, auf dem dritten, vierten Date, zweiten Date, fünften Date. Ja, alles gut. Aber, das muss jeder für sich wissen, ne. Vierte Date eine Woche später, endlich kommt mal ein Trigger. Ich begann mich schon von Fragen, zu fragen, was an dem nicht stimmt. Er ist hungrig, weil er den ganzen Tag gearbeitet hat, ohne zu essen. Ich aber nur kleine Pizza bestellt, was damit endet, dass wir in die Stadt gehen müssen. Eigentlich war mir verabredet auf sein Stadtfest, äh, haben uns aber kurzfristig entschieden, dass wir lieber ruhig machen wollen. Na, Ende formuliert es, dass wir in die Stadt gehen und da nichts Anständiges zu essen kriegen. Ich erlebe ihn das erste Mal nicht mega gut gelaunt, was mir fast gut tut. Andererseits bin ich nachher nicht sofort heiß auf ihn, sondern bekomme Bauchschmerzen. Er drängt aber tatsächlich nicht. Nach gefühlt einer Stunde mit Warmflasche auf dem Bauch entspanne ich mich und es gibt wieder wildes Geknutschen mit Fummeln. Ich will aber noch keine Indoor-Olympics, eigentlich. Dennoch ist, äh, das mit dem Hände von Anlass immer, ja, schwieriger. Am nächsten Morgen ist es dann aber soweit. Ja, es war alles super. Ihr habt euren Moment gefunden und, ja, hört sich gut an. Schön. Äh, und es ist super schön, als er wegfährt, ahne ich es schon. Und als er dann bei seinen Eltern ankommt, wissen wir, dass er eine Stelle in der südlichen Westmongolai angeboten bekommt. Äh, er meldet sich weiterhin. Weiter interessiert aber nicht wirklich viel. Ich habe gefragt, wie er sich das vorstellt. Woraufhin seine Antwort war, dass er weiterhin alle drei Wochen zu mir kommen will und seinen Plan dauerhaft in der Nähe einen Job zu finden steht. Das glaube ich ihm grundsätzlich auch. Gerade weil ich das aber auch realistisch hier und weiterhin ihn sehen will, freue ich mich, dass er jetzt erstmal diesen Job annimmt. Ja, das wäre auch eine völlige Überforderung, wenn er jetzt gleich bei dir einen Job annimmt. Und, also wegen dir, wenn er es jetzt, ähm, wegen der Stadt macht oder aus anderen Gründen, ist es natürlich in Ordnung. Also, ja. Dennoch merke ich, dass mich die Sache etwas bremst. Es ist ein bisschen, als hätte ich Angst, mich vorhin zu öffnen und dann festzustellen, dass die Fernbeziehung mich unglücklich macht. Ja, gut, meine Fernbeziehung, äh, also ihr habt schon ein paar, also es ist natürlich jetzt nicht Südmongolei, aber das sind schon ein paar Stunden, die ihr hier habt und, aber es geht. Ist also, Fernbeziehung spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, ja, wenn, wenn beide sich Mühe geben. Ähm, du sagst ja auch, dass es für die Datingprozesse zu wenig ist, sich alle drei Wochen zu sehen. Ja, ich finde es, ähm, nicht so optimal, aber macht für euch Stimmen. Ähm. Und du bist ja auch, äh, also auch nicht so von einer ganz schnellen Truppe hier und willst ihr Zeit lassen, warum nicht? Bisher hat er weder meine Eltern noch meine Kinder kennengelernt. Ja, muss er auch nicht. Aber auch wenn er schon gefragt hat, wann ich mal, ähm, in seine Gegend komme, um seine Eltern kennenzulernen. Achso, die wohnen ja bei dir in der Gegend, weil er den Job woanders hat. Okay, ja, jetzt verstehe ich es gerade. Ja, warum nicht? Ähm, ich bin gerade etwas überfordert. Es fühlt sich irgendwie gesund an. Er ist klar und dennoch so eine Mischung aus. Hier bin ich und ich will dich. Und trotzdem, ich mache mein Ding. Ja, so wollen das doch die meisten. Du schau mal auch. Ich fühle mich weder bedrängt noch irgendwie übersehen. Und dennoch ist es eine gewisse Unsicherheit, die ich nicht deuten kann. Ja, jemand kennenlernen und daten geht immer mit Unsicherheit einher. Das ist nichts, keine Red Flag oder sowas. Ich will nicht aus der Geschichte heraus gehen und traue mich aber gleichzeitig nicht so richtig vollends hinein zu springen. Ja, ich vermute mal nicht an den schlechten Vorerfahrungen. Aber es bringt ja nichts. Also spring ruhig rein. Ich meine, also wenn du jetzt mit einem Fuß drin, mit einem Fuß draußen bist, das kennst du ja vielleicht von der anderen Seite, dass das nicht so optimal ist. Also da muss es dem Neuen noch eine Chance geben. Hast du einen Tipp, eine Anregung? Danke auch für die Anregungen, die ich bisher mitnehmen könnte. Liebe Grüße. Ja, also solange es gut läuft, läuft es gut. Und dann macht man das nächste Date und das nächste Date und das nächste Date. Also denk nicht so viel nach über die Zukunft. Bleib im Hier und Jetzt und lass dich ein. Das bringt nichts, da immer wieder an der Handbremse zu sein. Dann sabotierst du dich selber. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.